Hi Bianca! Also ich rufe dich jetzt hier an, hier aus der Körbazinerstraße 8. Ich sitze die ganze Zeit im Atelier unten und schreibe jetzt am Buch, damit du das Skript möglichst schnell kriegst. Also so eine Lesefassung mache ich vielleicht fertig, schaffe ich vielleicht bis Montag, so dass man sich so einlesen kann ein bisschen. Und dann komme ich vorbei in der DUM-Buchhandlung, habe ich mir gedacht. Du bist ja jetzt voll beschäftigt mit deiner Family, oder? Also wenn er dir jetzt nur kurz schreibt, dann musst du dich ein bisschen elegant zurücklehnen und mach halt was aus. Ich würde mich einfach persönlich mal treffen mit ihm nächste Woche. Und dann würde ich mich gar nicht mehr melden, mal zwei, drei Tage, bis zur Verabredung. Ich würde einfach sagen, lass uns doch persönlich treffen, einen Termin machen, eine Verabredung machen. Er soll dich vielleicht abholen in der Arbeit und dann ein bisschen spazieren gehen. Und es dabei belassen, erst einmal, dass ihr euch mal seht, dass ihr euch mal persönlich trefft, face to face. Jetzt erinnerst du dich, dass es nicht nur so eine digitale Liebe ist, sondern auch so eine reale, okay? Tschüss, viel Spaß! Tschüss! 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 Vielen Dank.